herzlich willkommen euren freunde zurück zu minecraft dungeons im letzten part hatten wir schon mal das erste level auf dem schwierigkeitsgrad ende der tage oder so ist das ende aller tage heute wollten wir die gruselgruppe machen ich muss mal eben hier ganz kurz gucken wie komme ich noch mal zu meinen waffen aber so wer mit 68 jahr die ist natürlich viel besser als die lebe glaube ich und deswegen schweren herzes muss ich die lebe leider aufgeben es tut mir innerlich echt weh aber es ist glaube ich das beste die kreaturen in reichweite zum auftritt der waffeln ja das blöd wahrscheinlich kann von einem wird eine gruppe von kreaturen zusammengezogen und kurze zeit festgesetzt ob die explosion die kreis schon am besten davon so mit einer wahrscheinlich von 20 wird kann es von 3 erzeugen nehmen alle verwenden oder blutige blutige finde ich immer cool für den blitz herab der gegner in der nähe schaden zu finden das besser dann habe ich mich nämlich zwischendurch okay cool dann machen wir heute die gruselige kraft der dungeon der war schrecklich der war echt schrecklich ich habe ja ach so guck mal eins können wir hier gar nicht auswählen sondern direkt bei 2 auch 74 ja wir bleiben aber bei 74 würde ich sagen leute okay ich glaube sonst haben wir ein großes problem wohl letzten part ging es aber ich weiß es schon gar nicht mehr ist schon glaube ich drei tage her oder zwei nee drei ich glaube drei falls wir momentan mein instagram nicht abschicken dort mache ich zurzeit viele koch videos da könnt ihr mal reinschauen die dauern dann so 15 sekunden glaube ich und ihr seht den ganzen prozess den ganzen aufwand leute ich habe gestern frozen 2 geguckt und ich muss leider sagt ich war tatsächlich zwischendurch sehr sehr genervt weil es haben wir doch vielleicht ein zwei lieder zu viel weil gefühlt war die ganze zeit ein lied wirklich ich meine ich liebe lieder ja aber da war wirklich zwei minuten text und dann war sofort wieder ein lied ich weiß auch nicht ob ich das wirklich schlimm finde aber es hat mich dann doch irgendwie zwischendurch mal kurz genervt und dann hier diese ganzen Szenen mit Olaf und Sven und Sven und ich weiß gar nicht wie der Typ heißt äh die haben mich glaube ich am meisten tatsächlich genervt weiß ich auch nicht die waren irgendwie so boah so nervig einfach beziehungsweise es kam mir sehr sehr vor dass ich sehr sehr genervt war ich war wirklich total genervt weil die hatten viel zu viel äh viele sind viel zu viele zähne man 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 oh gott so weg mit dir das das gute ist hier in der schlucht gibt es keinen endboss das heißt ich muss nicht unbedingt meine Pfeile aufsparen und dann kommen sie vielleicht gar nicht gar nicht zum einsatz und dann kann ich eigentlich einzig ganz gut oh level aufstieg sehr schön aber ich glaube wir haben noch nicht so viel so er guck mal kurz zwei ne ich glaube damit können wir nichts ich war gerade verwirrt ich war gerade verwirrt oh gott nein kacke da habe ich nicht aufgepasst habe ich verdient oh nein weg mit dir bitte weg mit dir da machen wir einen Blitz rein er lebt noch ok so haben wir noch einen Blitz super der ist schon mal weg so oh aber die Explosionen sind schon cool so ich glaube ich darf da nicht stehen würde ich jetzt mal so schätzen haben wir noch einen Creeper da hinten ok Feuer 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 Aquamenti danke weg mit dir Super sehr schön ich bin nicht dagegen gelaufen bin nicht dagegen gelaufen so vikings bin ich fast bei staffel 5 mittlerweile ich habe endlich die serie bald durch und ja falls die serie im vorschlag habt könnt ihr die gerne mal in die kommentare hauen das ist so der stand der dinge momentan mit vikings und ich kann nur sagen es ist weil diese serie zu schauen irgendwie weiß auch nicht was ich habe es ist irgendwie schon die last kingdom aber irgendwie dann doch nicht und ja das ist irgendwie super und da können wir euch angreifen da kriege ich jetzt hier eine coole kiste ja eine spitzhalpe bin ich überhaupt nicht der fan von uuuh was ist das denn eine phantom rüstung phantom rüstung mit 10 gesammelt 30 fernkampf schaden ist schon cool ist schon cool coole rüstung wir haben noch eine ein bogen wir haben einen bogen wieder legendary 645 schießt auf 2 feine gleichzeit oh den nehme ich mit sorry ich will dich eigentlich am liebsten nicht verwerten aber für die punkte zauberten gegner mehr schaden okay erhöht den fall schaden mehrfach schuss das ist schon sehr sehr cool also habe ich alles da steht zwei ja hier nochmal danke wachsen das geschoss wird größer genau das auch ganz cool raubt eine kreatur für vier sekunden eine kleine menge verletzte der dann erhöht seine angst geschwindigkeit ist auch cool dann wird zwei wir gucken mal eben hier durch bohren abgeschossen falle erhalten die gelegenen durchfliegen oder das auch cool kettneraktion giftwolke dann würde ich sagen woher nehmen wir die ketten hier jetzt brauchen wir aber hier wirklich so müssen wir gleich mal hier gucken wie die funktioniert aber endlich haben wir mal vielleicht einen besseren bogen ich mag ja eh die bürgen mehr weil die kann man nämlich so halten oh das habe ich schon mal verkackt aber egal kann man halt wie gesagt so halten und muss nicht direkt schießen äh wie kriegt die denn jetzt weg gar nicht okay warte waren wir da links schon ne noch nicht wirklich denn wir durchsuchen ja alles hier heute heute okay dann können wir jetzt richtung rechts gehen müsste eigentlich ganz gut sein hier ja lauf oh gott hier darf ich nicht runterfallen hm 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 ja ja papagei schön kommst du dankeschön sehr schön ähh ähh dudududum oh morgen früh kommt da wieder pokémon ne muss ich mir auf jeden fall wieder anschauen ich habe ja wirklich das gefühl dass die story da vielleicht doch ein bisschen schneller ähm erzählt wird als im haupt anime würde ich jetzt mal sagen ist ja eher ein spinner für oder? Aua das hat weh hier ist aber so gut wie nichts das hätte aber hier auch ein durchgang sein können für ne rune das kommt mir sehr sehr bekannt vor hier aha naja so oh gott alter ey diese creeper ey die rauben mir den nerv rauben mir einfach nur den nerv so hier ist so gut wie nichts ok wir haben 170 äh 170 pfeile könnten wir eigentlich die creeper jetzt in der zukunft auch damit abschießen ja alle schön wir haben ja hier leben zurück genau nice ach ich muss außerdem noch mein disney plus ab bestellen ja weil ich momentan das geld sehr sehr gut brauche und zwar nur 6,99€ aber ich bestelle es glaube ich erstmal ab bis da wieder eine star wars serie kommt oder sowas oder irgendwas anderes plötzlich jackson serie natürlich auch denn momentan ist da für mich einfach nichts neues und ich brauche es nicht so lange zu langsam geklickt ja ich spinne gar nicht gleich an ne muss man ganz kurz ok ok hier ist eben nur sackgasse dann ist es in ordnung da kann ich nichts machen da kann ich nichts machen oh gott ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen dass ich äh keine ok da haben wir eine kiste gefunden und keine äh keine abschüsse die nicht aufgeladen sind daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen das ist keine platte ok sah so aus leider nach aus hier ist nichts ok die machen ein bisschen schaden mach ich mal lieber den blitz drauf oh ich hoffe hier ist nichts mehr doch doch einer läuft da nur herum der holt irgendwie ab so wie da ist mein gott ich hab keine seelen oder was doch hab ich wieder doch hab ich wieder ach gott das wenig schaden hier muss ich mal eben weiter weg hier so so hier bitteschön nimm das mal hier ist er weg ja ach sehr gut sehr sehr gut so ok vielleicht sollten wir dieses mal doch den verzauerten schaden mit anwählen aber eigentlich ne eigentlich will ich das nicht eigentlich nicht so hier kommt mach den weg danke oh da ist noch einer ach so der lebt noch der lebt ja noch so ich bin oh ne rüstung super gehen wir erstmal oben lang ne 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 lasst mich in ruhe hier lasst mich in ruhe weg mit dir danke super aber ich mag die waffe ich mag den sperr ok also reichweite finde ich immer ganz cool überall deswegen nehme ich ja meistens immer den bohren typen sehr gut oh gott ok zwei schüsse ok zwei schüsse ist in ordnung oh gott da ist ein creeper ok das war es mit dem creeper das ist noch einer ist er komplett tot ja der ist komplett tot ist natürlich sehr gut weg mit dir ach es wurde gestern Bakugan angekündigt für die Switch ich muss sagen ich habe damals das das DS-Spiel gespielt und ich also ich habe das echt gerne gespielt habe ich zumindest noch in Erinnerung vielleicht schauen wir uns das dann für die Switch an im November wenn nichts anderes rauskommt aber sonst habe ich das schon mal auf dem Plan es sei denn jetzt kommt vielleicht die neue die neue Playstation raus dann mal schauen aber ich glaube nicht oder ich habe es nämlich vergessen wann die rauskommt dann sollte ich oder doch vielleicht war es doch November aber eigentlich wollte ich mir ich kaufe mir glaube ich die Playstation erst wenn Harry Potter draußen ist also nächstes Jahr dann gehen die Preise auch bisschen runter ja ich glaube so mache ich das Leute tut mir leid oder weiß noch nicht vielleicht mache ich es auch doch nicht weil ich gerne der Spider-Man ein Spiel spielen möchte du 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 okay hier lang und hier hoch hier waren wir noch nicht hier ist aber auch nicht sonderlich viel okay auf FIFA den schaffen wir noch soeben sonst habe ich geträumt ich wäre Aladin und habe meine wahre Liebe gefunden ja aber dann musste ich sie irgendwann verlassen verlassen und bin dann für ich glaube zwei Monate dann weg gewesen von der Stadt und dann bin ich wieder gekommen und dann hat sie mich gesucht und ich wusste nicht wo ich schlafen konnte und habe dann in so einem Hotel gewohnt kostenlos hihihi ja super dann hat sie sich Sorgen gemacht ja das war schon sehr 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 seltsam dass sie Aladin war ja war aber auch ein netter Traum momentan traume ich echt schöne Träume das kann ich nicht äh bestreiten äh äh eh hu 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 und muss eben hier hochflüchten na mal hier kriege ich nämlich nur ein Gegner an sind ja so viele ich liebe es jetzt dann habe ich pizza gegessen selbst machte ist mir ein bisschen gelungen der boden hätte ein bisschen härter sein können also der war eigentlich der war die hat aber ein bisschen bräuner aber sonst war der cool eine bessere rüstung 1 2 6 0 1 minus 25 bewegungs blablabla die jäger rüstung schon cooler sorry sorry die apple linker guck mal da hätte ich das dann wieder erlitten schaden und das könnte ich gebrauchen und und feilheit nehmen wir mal mit nahkampf und fernkampf schaden erhöht sie um 40 prozent cool da haben wir das hühnchen an den schönen schönen dingern hier warte hier rechts ist noch was und auf der anderen seite ist auch noch was das schauen wir uns hier natürlich an hier ist aber nichts besonderes wo wir sehen jetzt aus wie im ersten level ach wir sind da eben zweiten da wieder passt das doch mit der rüstung das war eben hier ich habe nicht ganz so wie ich das wollte aber es nicht stimmt da sind unsichtbar wir müssen uns noch mal taktisch zurückziehen 75 oh mein gott weg mit dir abkühlung einfrieren finales fröhlen dornen schwerkraft fressen was nehme ich auf jeden fall erstmal abkühlung hier und einmal dornen damit ich den bogen hier noch ein bisschen besser machen kann so perfekt sehr schön können wir jetzt noch mehr leben als vorher machen aber auch deutlich weniger schaden glaube ich ich habe angegriffen so weg mit dir super weg super guck mal one hit ich gehe mal nach da unten vielleicht sah eine versteckte truhe ist nicht nicht der fahrer glück allein spruch passt jetzt nicht so spruch war nicht ganz so cool und hier ist aber auch wieder nichts gab es nicht in den anderen dungeons also früher hier diese dinger wie nennt man diese komischen schilder die man da anklicken konnte und dann war das so eine art kleiner boss raum beziehungsweise kleiner dungeon und dann ging es irgendwie ist hier gerade gar nichts naja sind wir hier in der mitte dann sind ui oh gott ok 11 blitz blitz ich bin so schön ich bin der anton aus tirol ich habe nie verstanden was er danach gesagt hat sorry aber was haben wir hier drin eine coole rüstung man ich würde die so gerne benutzen aber die ist einfach schlechter momentan dann aktivieren wir das mal hier ach so ich dachte jetzt kommen hier monster aber kommt keins ok ist nicht schlimm da ist nämlich schon eins da ist das nächste da ist das nächste umgestimmt aller hör auf hör auf eine chance zu machen was ist das denn hier für eine frechheit das war cool oder ja kann ja auch oh da kommen ja noch mehr haben wir noch was ne sehr schön da haben wir eine kiste dafür sehr cool oh sieht cool aus die usern sieht cool aus kriegsrobe hört sich cool an wir gehen noch nach hier unten oh das erste tnt in diesen dungeons ja komm setz mich halt beeilen ach Leute weg mit dir ich war noch kein einziges mal joggen ah doch einmal war ich joggen sorry für die lüge einmal war ich joggen im umkreis der neuen wohnung aber ich muss sagen hier ist bisschen weiter zum rein vielleicht zum rein doch doch zum rein ich war grad verwirrt weg mit euch auch weg danke ja hier rakete auch hier lebt ja immer noch weg mit euch oh gott blitz ich würde jetzt nicht noch hier großartig hier noch Tode sammeln her damit danke schön wie sieht es denn hier aus hier sieht es noch gut aus ich habe ein bisschen Angst vor den ganzen Fiefer die da sind aber ich baller jetzt hier erstmal rein äh hier blitz ok hat gereicht super äh die war auch schlechter ne 7 6 tatsächlich ich dachte gerade ich hätte eigentlich ne Kiste gesehen aber ist keine Kiste oh alter gehts ja echt echt nervig hier alles ah ja diese ganzen Kiefer da oh mein Gott bitte bleib mal weg danke so kaputt super und dann bist du erstmal dran dran bist du noch lange nicht sag mir erst wie auch du kannst uh 80 aua das hat weh so oh gott ey jetzt jetzt geht down ey danke so ne ist bisschen auch nicht schon nicht nochmal weg mit dir ach das war jetzt mal ein klacks hier ey ja spielen ja also so so kommst du nicht weiter weg 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 ok ach nicht mehr Kiefer hier ey nee Kiefer bleibt bitte auf Abstand ja es ist Corona wir dürfen uns hier nicht begegnen also glaube ich ich weiß momentan gar nicht so wirklich die Lage außer dass es äh eben irgendwo wieder schlimmer geworden ist aber ich weiß halt nicht wo oh ein Schwert ok ah ok wir müssen nur noch rechts unten gehen wir da auch noch hin oh 13 Truhen und noch vier Geheimnisse gibt es hier also was habe ich da gelaufen ja 13 Truhen gibt es hier cool hier ist oh ja da war wohl nichts mehr ah da unten da war ich aber schon ok Blumentopf ok da ist nichts cool dann können wir weiter gehen können wir weiter gehen in den anderen Korridor feld von Apfel cool aber da nimmt man das TNT da hinten super sehr gut äh krie fais weg 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 coś so auch so machen das stimmt so ein bisschen verschwenderischer aber keine es klappt ja so guck mal leute so ist das spiel doch toll ich möchte aber mir den tragen wir schnappen und einmal hier durchreißen ich muss das doch nicht mal kurz gucken aber im raum und dann ist die kiste ok ich kann hier durch ihr könnt da nicht durch schießen ob das auch in der realität geht das bezweifle ich tatsächlich aber da würde die wand auch schaden nehmen hey da ist so ein großer raum ist einfach nur deko da oder was okay dann geht es hier weiter auf jeden fall was hier gehen wir mal hier gucken oh one hit alle cool finde ich sehr gut die denken sich jetzt gerade auch wie komme ich da rein so auf jeden fall nicht ne hahaha das sind ja überall noch creeper naja heißt nicht umsonst ach hier sowas meine ich und dann machen wir mal blitz sicherheitshalber und rakete also ich glaube ich mache die erstmal zum schluss oder mache jetzt blitz dahin Und hab's dann. Super. Puh. Das war ja was hier. Gut. Dann geht's weiter. Oh, da ist Edgar hin. Bin verschwunden. Oh Gott, ich bin da vorrein gerannt. Ein Bogen, okay. Sehenbogen. Oh, ist ganz cool. So, hier schieße ich jetzt einfach. Oh Gott. Vielleicht sollte ich doch lieber so schießen. Aber die schaffe ich auch noch so. So, weg. Ach, wieder er hier oder was? Nein, das ist kein Problem für mich, ja. Aber trotzdem. Also hier sieht man gar nichts. Gern nichts. Außer da hinten schauen wir ja paar Creeper. Die mich bestimmt nicht nerven wollen. Ja. Alle weg da hinten. Alle weg. Und da ist wieder nichts. Okay, da ist wieder nichts. Ja, die Creeper, die schaffe ich ja hier wieder locker. Easy, ne? Ich glaube, die brauchen ja alle nochmal Training. Oh, hier geht's nochmal her. Die werden auch mal schnell gucken. Lucky, lucky machen. Ich meine, jetzt sind wir gerade zu schnell. Weil hier geht's ziemlich weit, ne? Oh, aua. Das war vielleicht nicht. Das war vielleicht ein bisschen übermutig. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Oh, oh Gott. Wie? So, Creeper ist weg. Gefahr gebannt. Würde ich sagen. Ach ja, wer Bakugan außerdem nicht kennt. Ich war ja schon lange her, das Thema. Äh. Das war, das ist ein Anime. Tatsächlich. Da gab es diese Kugeln. Und daraus wurden, haben sie damit gekämpft. So was ähnliches wie Bayblade. Bayblade, würde ich sagen. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, Gott. Alter. Wie viele Creeper, dass einfach die ganze Zeit da sind, ne? So, ich warte auf meine Rakete. Okay, tschüss. Ach, gut, der ist weg. Der ist weg. Das ist aber nur einer. Auf den Krieger war. Oh, Gott. Weg, weg mit euch allen. Ach, nee. Sind mir hier tatsächlich ein wenig, ein bisschen zu viel, der Creeper, tatsächlich. Für meinen Geschmack. Alter. Ich fasse die da ja aus. Jetzt kann ich schon wieder heimgehen. Ach, nee, da ist noch so ein Typ. Meinst du, ich schaffe das? Ach, haha, ich kann die von ihr austreffen. Nee, lustig. Oh, geht mal weg hier, danke. So. Geh ich mal hier weiter, ne? Der nächste. Oh, Gott. Oh, nein. Das ist schon wieder ein Creeper. Das ist schon wieder ein bisschen in der Sackgasse. Oh, Gott. So, den habe ich aber. Oh, Gott. Oh, weg, weg, weg. Alter, ich habe überlebt. Oh. Puh, anstrengend hier. Anstrengend. Wo bin ich hier eigentlich? Komplett in der Gosse, würde ich fast behaupten. Im Arsch der Welt. Ich wollte gerade schon sagen, war vielleicht nicht allzu schlau da rein zu laufen. Aber hat doch nochmal alles geklappt. Oh, Gott. Okay, rechts. Okay, viele Räume sind es nicht mehr, die uns fehlen. Äh, da haben wir noch einen Creeper. Aber, sehr schön. So, ein großer Raum ist da noch. Vor dem habe ich etwas Angst. Das könnte ein kleiner Dungeon sein. Ja, ist es auch. Okay. So, da machen wir mal mehr Blitz rein. Und, Arketis. Ich mache einen Apfel, den nehme ich natürlich auch gerne. Oh. Eine Keksrube nochmal. Ja. Gefällt mir. Zwei Punkte haben wir. Nee, für zwei kann ich, glaube ich, nichts. Oder? Doch, kann ich Dornen. Wahrscheinlich. Ja, kann ich. Okay, dann. Kaufen wir die Dornen noch. Nochmal eine Vase. Sehr schön. Und weiter geht's. Also, rechts einmal und dann einmal durch und dann rechts wieder. Oh Gott. Wollte ich gar nicht. Naja. Oh, nee. Verzauberte Creeper. Hat ja nicht überlebt. Okay, jetzt aber. Tschüss. Sehr schön. Jetzt ist ja gar nichts. Außer die Creeper. Außer die Creeper. Hauptsache, drei verzauberte Creeper da hinstellen. Das ist ja, den Anschein hat, dass da irgendwas Tolles ist. Aber das war's nicht. Das war's nicht. Oh, der Dungeon, der dauert aber schon wieder lange, ne? Ich meine, ich glaube, der war allgemein sehr lang. Auf jeden Fall mache ich mal lieber weg. Und dann. War wir tatsächlich überall. Und zwar die Vase und dann geht's jetzt zurück. Okay. Ich hoffe, ich hab den Weg hier richtig im Kopf. Und nach oben? Ne, nach unten. Okay. Ah. Ja, da ist ja auch dieses Ding. Stimmt. Stimmt, ja. So, Papagei. Kannst du mich ein bisschen schneller machen? Ne? Okay. Dann nicht. Oh Gott, da kommt schon was. Oha. Das hat ja überhaupt keinen Schaden mehr. Also kaum. Muss ich ja hier mit Blitz... Oh. Oder so. So geht's natürlich auch. Aua. Oh. Der hat echt viel Leben, ey. Der hat echt gutes Leben. Wirklich. So, geh jetzt mal bitte. Alter. Danke. Danke. Hätte ich jetzt da weg. Wieso ist da jetzt dieser Zaun? Versteh ich nicht. Aber egal. Der hat die dann nicht geschafft. Noch nicht. Äh. Äh. Oh Gott. Oh. Erstmal hier Herzinfarkt vom Wecker bekommen. Oh mein Gott, ey. Ne. Wie viel Leben sind die noch? Drei Geheimnisse und eine Truhe? Kann doch nicht wahr sein. Haben wir nicht alles erkundet? Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir eigentlich alles haben. Alter, dass uns jetzt drei Geheimnisse noch fehlen, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ne. Da waren wir jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt nach da. Oh Gott. Pieper. Aua. Ich kriege sogar ein bisschen mehr Schaden gemacht. Oh. Pff. Junge. Ich brauche Ruhe. Okay. Ich habe nochmal eine Vase. Was war das denn jetzt? Ich weiß das nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ich brauche ja Heilung, bitte. Scharf, gibst du ein bisschen Heilung? Ne? Okay. Muss ich halt weiter vorsichtig spielen. Oh, Alter. Könnt ihr mir bitte aufhören zu schreiben? Ich bin ja richtig angespannt gerade. Und hier unten wird es auf jeden Fall nicht weitergehen. Das ist gut. Mein Creeper, den mach ich aber weg. Das ist auch nichts. Tja, fast Müll. Müll. Wenn wir denn hier normale Bögen haben. Ich nicht. So. Links. Okay. Papageilchen. Habe ich dir eigentlich einen Namen gegeben? Ne, ne? Bist du mir fällt jetzt aber auch auf Andieb kein Name ein. Hast du mich irgendwo, du Skelett-Typ? Ja, hier haben wir auch nichts. Sehr schön. Ja, ja. Komm mal hierher. Und du bitte Abstand halten. Das weiß ich jetzt. Wieso sind die Schafe verzaubert? Wieso sind die Schafe verzaubert? Ich finde das gerade echt lustig. Wirklich. Oh Gott. Da ist ein Zauber. Oh, ne. Warte. Da muss ich erstmal hier rein schnorzen. Oh, daneben auch noch. So. Oh, oh. Lass mich mal bitte durch. Danke. Und Blitz. Weg mit euch. Super. Mein Blitz ist nämlich ziemlich okay. Ich mach den da jetzt mal weg und guck mal, was passiert. Ne, so ein verzaubertes Schaf hier. Zerstöre nichts. Okay. Oh. Nichts. Ne. Super. Cool. Cool. Hier haben wir noch eine... Dings. Und hier... Lass mich durch, Schaf. Danke. Lass mich durch, Schaf. Lass. Das ist aber nichts. Okay. Wir gehen mal einmal hier so gucken. Ne. Da runterspringen will ich eigentlich nicht. Okay. Dann... Haben wir den Dungeon, glaube ich... Ach, geschafft. So wie es aussieht. Ja. Ja gut, Leute. Ich hab irgendwie... Zwei Geheimnisse nicht gefunden. Ich wüsste nicht, wo die wären... gewesen werden sollten. Und ne Tour hab ich auch noch übersehen. Das heißt, ich hab irgendeinen Gang wirklich komplett missachtet. Es tut mir echt leid. Wir haben eigentlich sicher, dass ich alles habe. Vielleicht schon direkt am Anfang irgendwo. Wo ich noch nicht so oft auf die Karte geschaut habe. Das könnte natürlich sein. Besiegte Kerturen 93%. Oh, da fehlt uns wirklich irgendwas. Hm. Seltsam. Seltsam. Aber gut, Leute. Oh, die Spenster im Hang. Cool. Das war's mit Minecraft Dungeons für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu den... Wieso wollte er mich jetzt hier zu den Kürbisweiden? Nicht der nasse Sumpf. Ja, die Kürbisweiden, sagt das Spiel. Dann können wir nächstes Mal auf jeden Fall, äh, auf 80 gehen. Hm. Ja, den Ort muss ich noch suchen, hier im nassen Sumpf. Naja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Und ciao.